So, und wir gehen hier nach oben, denke ich mal. Können wir hier einen Block flizieren? Nice. So hoch. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr an Fackeln denken sollen. Das wäre ja schön gewesen, aber ich bin halt ein Mensch und denke nicht an alles. So lange unsere Kollegen uns nicht schlagen, ist alles super. So, das ist Feuer, das heißt, da können wir hier lang. Aber eigentlich will ich da lang. Also, da. Weil ich glaube, dass wir da mehr sehen können. Und wenn etwas klickt, sieht man auch von da schon mal eine Burg. Weil eine Burg ist ja das, ist unser Hauptziel. Das ist halt, weil wir hier sind. So, nochmal hier so eine Erdblöcke setzen. Habe ich jetzt die Erdblöcke gesetzt gehabt? Alter. Aber jetzt nehme ich hier jetzt gleich nochmal ein Türmchen hin, damit ich wirklich genau weiß, wo es lang geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so schwer ist, eine Erdblöcke zu finden, ey. Na ja, wenn wir hier sind, nehmen wir natürlich gerne Kloster noch mit. Und das Kloster können wir auch noch coole Sachen bauen. Weil das sind Blöcke, die einfach mal Licht spenden. Und aus denen kann man, die kann man sicherlich gut verwenden. Für Gebäude und, äh, also Zeug. Für Laternen. Und da gibt es auch noch, ähm, Redstone-Lampen. Weil da weiß ich gerade Rezept nicht mehr. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Na, was heißt wir? Ich schaue es mir an. Oder ein Zuschauer ist aber sehr aufmerksam und schreibt mir direkt, wie das geht. Das wäre natürlich jetzt auch noch ziemlich geil. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich so eine Netterbucht finde. Weil ich, es kann auch halt tausend Jahre dauern. Ach, herrje. So großes Areal schon wieder. Ui, 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 ui. Aufpass, wenn ich hier runterfalle. So, wir kommen voran nach unten. Ich hoffe, dass meine Herangehensweise so ganz in Ordnung ist. Um auch möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Warte mal, ich mache hier mal so ein paar Blöcke aus Erde. Wenn man selbst so einen Retard, wie ich es mitbekommt, dass hier der richtige Weg ist. Denn wie gesagt, den Weg, den wir jetzt laufen müssen, müssen wir jetzt zurücklaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Weg zurück viel schneller gehen wird, als wir hinbrauchen. Von dort aus haben wir einen besseren Ausblick. Na gut, nice. Ich glaube, das werde ich finden. Ich hoffe, es ist mal einfach, ne? So, wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir können jetzt A hier unten lang gehen und den Weg. Geist. Äh, hier unten lang gehen, über den Weg. Und wir fahren schon, und wir gehen hier lang. Und ich glaube, wir gehen den Weg, wo ich dann lang bin. Denn von hier aus können wir, glaube ich, besser alles erreichen. Oder wer sagt, schneller, einfacher, whatever. Und da haben wir unser Ziel auch gefunden. Haben uns für das Richtige entschieden, Leute. Und da haben wir uns für das Richtige entschieden. So, ich glaube, wenn wir jetzt hier runter gehen, haben wir letztendlich den besten Zugriff. So, jetzt hier wieder hoch. Und wir haben unser Ziel erreicht, Leute. So, die letzte Fackel. Also, was macht man bei Play Spots? Spawner brauchen wir jetzt. Und Netawarzen brauchen wir auch. Netawarzen haben wir jetzt noch nicht besorgt. Na ja, eigentlich ist egal, was zurückfinden. Ja, ich denke, überall finden wir schon sowieso zurück. Und ich, es gibt hier anscheinend auch irgendwelche Truhen in Netawarzen. Da können wir ja auch hinausgehen. Davon, äh, die Farm. Da gibt es ja möglicherweise auch Diamanten drin. Und die Gier nach Diamanten ist schon sehr groß. Oh, schwarze Skelette. Rizzerskelette heißen die, ne? Genau, die Versatzköpfe gibt es ja auch noch. Die müssen wir auch noch fahren. Oh, wir können ja... Ich habe gerade gesehen, wie ein Kabel zum Inventar. Da kannst du nur noch einen Weg bauen. Oh, ein. Oh, scheiße, wo kommt ihr denn jetzt her? Aua, 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 aua. Hört mal auf, hört mal auf, hört mal auf, hört mal auf, hört mal auf. Zack. Zählt aber mehr. Hilfe, Hilfe. Ich bin der Bogenkönig. Zum Glück haben wir eine Endlichkeit auf unserem Bogen. Nein, sie haben einen Tod. Zwei Tod. Oh Gott. Nein, ich habe einen Screenshot von dir, Fetty. Alter, Fall da. Komm, da ist einfach aus dem Nichts. Ui. So, das ist gut. Ihr bringt noch ein bisschen Schleimer. So, 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 so. Down, 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 down. Wir schießen hier aus sicheren Fällen mit unserem Bogen ab. Ups, up, up, up. Aber ich weiß noch, dass man, ähm, aus diesen Blazewoods, wenn man, ähm, diese Feuerdinger draus macht, ähm, dass man daraus Stärkgetränke macht. Dadurch machen wir wesentlich mehr Schaden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch irgendwie gerade schon wieder verlaufen. Ah, ne. So. So. Und heute ist wieder so ein Erd, äh, so ein Dingsplop. Und hier warte mal, da sind nur Pilze, das sind keine Niterwarzen. Wir gehen mal wieder zurück. Sind wir schon vorangekommen? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Burg gefunden. Die Burg ist schon mal nice. Oh, hier ist ein Lava-Brunnen, alle Achtung. Das ist eine Kiste. Und zwei Kisten. Ein Goldhahnig und ein Goldschwert. Nice, nice. Haben wir nicht haben. Sattel und Gold. Okay, hier ist auch wieder der Ende. Die Niterwarzen würde ich mir ein bisschen noch mitnehmen, aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wo wir langen können. Hier gibt es auch wieder nur einen. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Spawner. Aber die sind ja meist oben. Ich hoffe mal, wenn wir jetzt hier runtergehen, dass wir auch wieder nach oben kommen. Oder allgemein. Irgendwie so einen Weg finden. Da gibt es noch mehr Niterwarzen. Und noch mal eine Kiste. Wie viel Goldhahnige es gibt. Noch mehr Niterwarzen. Und Eisen. Oh, wir haben noch eine Kiste. Und Pferderüstungen. Noch eine Kiste. Wir sind aber reichlich befüllt mit den Harnischen hier. Hier ist schon wieder Sackgasse. Aber das stört uns nicht. Hier geht nämlich weiter hier lang. Und wir nehmen hier nochmal die Warzen mit. Da war schon wieder ein weiteres Bauprojekt. Bei, ähm, unserer Welt. Denn, wir müssen ja auch wieder Niterwarzen haben. Und das heißt, eine weitere Farm. Obst du hier? Ja, würde ich aber gerne mitnehmen. Und sonst schwert wäre auch sick. Ich glaube, da lasse ich den Niterwack hier. Und ein bisschen Erde. Erde aber mehr ist Glück in unserer Welt. Solange wir was aus der Hölle mitnehmen können, looten wir mal, wo das Zeug hält. Weil hier ist jetzt wahrscheinlich schon wieder Ende. So, bis wir wieder nach oben kommen. Ungefähr weiß ich ja noch den Weg. Hier sind wir ein Niterwack. Oh, ne. Das Ende, ne? Ja, ja. Dann wollen wir hier gar nicht lang gehen. Denn darum ist nix. Wir gehen mal ganz am Anfang zurück, da wo die Lore war. Denn ich glaube, dass wir da einen Spoiler finden. Das ist ja ein Schleim. Den will ich haben, Leute. Du gehst mir. Oder gemein so eine Frage. Es gehört diese schwarzen Sklette. Ich weiß, die können dir Köpfe droppen. Und droppen heißt, wenn sie Items fallen lassen. Genau. Darauf möchte ich gerne hinaus. Ähm, dass wir auch diese schwarzen Köpfe lassen. Dann haben wir zwei Köpfe mit dem Seelensand. Da kann man den Racer mit sporen lassen. Und was ein Bosskampf ist. Und ich denke, das wird mega geil, wenn wir den mal machen würden, oder? Aber die kriegen wir es ja da nur Kohle aus diesen Dingern. Finde ich leider ein bisschen schade. Aber ich finde jetzt gerade echt kein Spawner. In dieser Burg. Und du bist da schon wieder Ende. Wirklich? Ja. Junge Dame, bitte beruhigen Sie sich. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Dann seien Sie bitte leiser. Und stellen Sie mich hier nicht bei der Arbeit. Bei der Arbeit eine Blaze... Farm? Heißt auch Blaze, ne? Oder Lohn? Blaze Lohn, whatever Farm zu finden. Weißt du, es war hier schon wieder so ein Aha-Gang. Dass ich kurz dacht... Okay, hier geht es nicht weiter. Naja, aber ich dachte kurz, dass es hier weitergeht. Ah, herrje. Von hier draußen war jetzt kein Spawner zu sehen, oder? Irgendwie generell noch über von der Burg. Genau, das ist, glaube ich, der einzige Eingang gerade. Ähm. Wir sind hier alle Gänge abgegangen. Aber ich höre hier... Ja, jetzt haben wir erledigt. Oh, ich bin gewissert. So heißt es doch, ne? Ein Hammer, zwei. Heu. Voll schlimm. Man sieht nicht, wie viel Leben man hat. Wenn man sich mit dem Buben anlegt. Aber egal. Jetzt habe ich auch das richtige Gefühl. Wir kommen hier oben weiter. Was ist das? Ein Steinschwert oder so, ne? Fast kaputt. Ne, kann er behalten, du. Oh, hier gibt es hier mehrere Gänge. Ah, da ist unser Ziel. Das wäre nur ein bisschen Kloszun im Weg. Uiuiui. Ah, da haben wir auch nochmal einen Spawner. Aber einen Augenblick mal. Das können wir hier theoretisch einmal kurz zubauen. Und hier könnte man theoretisch die ganze Zeit Blazes fahren. Nehmen wir einfach hier durchschließen und sie töten. Seht ihr? Nächster weg. Jetzt haben wir aber ein bisschen nächsten Spawn. Da ist schon ja der Nächster. Das ist doch ziemlich safe eigentlich. Und irgendwann sammeln wir die Sachen ein. Wenn hier überhaupt so Sachen spawnen würden. Hallo, junge Dame. Die gehen jetzt hier wieder weg. So, da, 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 da. Also, lebt jetzt goldsche Körner. Wir müssen mit Lust so einen eintauschen. Ja, kaum bin ich unten. Seid ihr wieder da, hier. Die bösen Dinger. So, erstmal nochmal unsere letzten Karotten. Letzten, was heißt das? Wir haben noch ein paar. Na, jetzt wieder ein paar Blazes. Ein paar Lohnstäbe. Heißen die? Oder wie heißen die? Lohnrute. Na halt, Rute. So, die nächste junge Dame ist erledigt. Brauchen wir noch ein paar. Mit 5G alle bin ich zufrieden. Denn wir können mit diesen Dingern viel anfangen. Was ich mich auch noch frage, ist, wie viel Bosskämpfessens mal hier in Minecraft gibt. Denn ich kenne ja bisher den Wizard und den Ender Dragon. Inner Dragon habe ich noch nie bekämpft. Allerdings, also, zumindest kann ich mich nicht mal daran erinnern. Also, ich kenne mich noch den alten. Im End wurde ja ein bisschen verändern. Inner Dragon habe ich mich noch so an sich daran erinnern. Aber ich bin mal gespannt, was da verändert wurde. Ups. Na du? So, sieben Seelen. Können wir mal kurz hier nach drüben gehen. Oh, hier wurde nach mir gefeuert. Hallo? Ah, da kommen wir ja welche. Nice. Hab schon Angst, ob das keiner mehr kommt, ey. Sieben Stück haben wir. Aber steht irgendwie Feuer. Also, nicht so Feuer, sondern man feuert Feuer. Oh, dann kann ich mal kurz was essen. Wenn das, ist das Ding kaputt, aber uns fundet keiner. Ja, nice. Ich muss ja nur ein paar Mal drauf fahren. Und da ist ja noch einer. Nice. Neun Lohnrouten haben wir. Routen? Ist das die Metzler? Lohnroute? Lohnrouten. Na du, junge Dame? Ich bin nur wegen dir, wegen keiner anderen. Wir haben einen Diamant gefunden hier in der Hölle. Und so viele Goldharnische. Sieht ja auch schön aus? Ne. Oi, 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 oi. Hört mir auf. Nice, nice. Zuerst mal wieder hier. Und bitte ein bisschen schneller. Bitte. Okay. Noi,��? Da ist über 2 Stunden, ja. 13 Stück haben wir schon, ja. Wie kriegen wir denn das 1? 2? Oh, 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 oh. Oh, ich soll ich bitte? Ah, ja, oh, 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 oh. Das spielt nicht mit Feuer. Wieser Lohr wollte mit Faust kämpfen. Aber leider habe ich das verwehrt, denn ich habe mein Schwert gezogen. Allöchen. So, du weg. Und du bist auch weg. Man kann es ja auch nicht bis zum Tod machen. Wir haben 15 Stück. Nice, nice. So, das kriegen wir noch alles hin. Okay. 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 Okay.